Servus liebe Leute, willkommen zurück bei Call of Duty Mobile. Ich will hier noch ein, zwei Leute einladen, aber ich glaube, keiner hat Bock auf mich hier, ne? Oder auf dem D4 Luis. Wir spielen Alcatraz. Rein da. Herzlich willkommen im Flug Alcatraz. Ah, was schöner Himmel ist, satt. Jo. Ja, ist das erste Mal, dass ich nicht vorne stehe bei dem Flug, glaube ich, gefühlt. Ich halte nicht, aber ich nehme mal eins. Okay, gehen wir mal. Ich gehe mal hier in das weiße Haus rein. Das weiße Haus. Ja, das auch, ich das auch. Ins Weizenhaus. Ja, doch. Ins Brauhaus. Oh, ich habe einen Gegner bei mir. Okay, ich habe gar keine Waffe. Ich auch. Doch, ich habe einen. Wurbel mal einer. Ja, ich habe aber auch geschwäen. Er rennt noch. Okay, habe ich. Hab einen. Oh, rennt. Oh, wie kann ich auch nicht so machen. Der hatte aber, glaube ich, noch gar keine Waffen, nichts. Als habe ich hier wieder auf alle gestellt, Alter. Oh, ich habe die Oden. Oh, du hast Oden. Oder mit H. Oh, Haden. Nee, nee. Nee, nee. Ach, zu dir hast du gar nicht, ne? Odenhagen ist Borei, du, ne? Odenhagen, du. Hä? Odenhagen ist Borei, ne? Ja, das war cool. So. Das ist so grün. die m16 die oden die m16 zu anfang habe ich die übel zu viel gespielt ja also noch ganz genau also das war aber auch vor zwei drei jahren wo das spiel neu war wohl mehr spieler das weiß ich noch ja ja das war schon heftig aber das war ja ordentlich die oden die ist richtig nur was für ganze kerne ne ich nehme die auch extra nicht die ist overpower die spiel damit nie und ohne platten und immer nur mit zehn prozent tv genau ohne platten und kein magazin und man muss vor nachladen ja klar immer nur eine kugel im lauf ich habe ich schieße immer alles leer bis eine kugel die verschieße ich dann und dann schieße ich wieder alles leer bis nur noch eine drin ist wenn es kein headshot ist dann muss ich mich halt beeilen so ein paar gegner wären jetzt mal ganz nett ja echt ich habe gar keine klasse irgendwie aufgesammelt ich weiß gar nicht wo du bist lass mir hier rechts runter zu eins ja bei dem ja dann lieber doch wieder hoch oder schüsse sind da sind zwei bots so wie es aussieht die könnten wir ja mal abstrangen hier ich geh mal hoch ich geh mal hoch ich geh mal hoch und dann oben oh und dann oben achso ich geh wieder zurück meine ich damit eigentlich hier wir haben ich geh mal hoch wir sind gut noch wie lange brauchen wir denn zum nachladen scheiße bruder sind nicht mehr normal jetzt habe ich hier gerade ein bisschen stress abgestaut hier wer wirft ihr die ganze zeit irgendwelche fallen und so eine scheiße man stimmt denn hier nicht so gedacht in dem noch mal die muni bruder was macht der typ mit mir hinter dir irgendwas auf dem dach wahrscheinlich über mir ja hier sind wir eben hier ein paar platten reinjagen die fallen werfen junge was hier los in irgendeine falle gelaufen hinter der mauer ich hätte mal eben die ganzen fallen weg oder dieser das tablet ist größer geht es auch nicht alter 50 soll tablet oder ich wusste links rum ist einer pass auf weiß aber nicht genau wo da oben da hat mich gleich hat mich ich bin ich bin unter dem pass auf hier läuft noch irgendwo einer danke ich gehe mal ein stück zurück das ist einfach ein scheiß maschinengebär die oden im 50er magazin ja die ist schon krass ich gehe mal wieder rein hier in die bude bin hinter dir ich habe doch auch die oden warum habe ich den ich hole mal eine andere klasse hier gepumpt ich habe echt keine ich höre irgendwo eine ja ich flieg mal hoch hier unten ist eine rolle der ist gerade ganz oben aber ne hier ist keiner hier kommt zu dir jetzt mal richtung abwurf der wurde noch nicht gerade gelootet ja der wurde auch gelootet ja ich glaube auch gegen irgendwo ab ein ok die info kommt jetzt ein bisschen spät aber jetzt mal eben zurück hier ist ein abwurf da kommt der noch hoch ok wow der hat mich da kommen die treppen hoch beim abwurf oh nein der hat mich oh jetzt ruht der mich der ist weg ja was ist mit ihm ich kann aber nur wow weiß ich mal muss erstmal weg hinter dir beim abwurf ja der war auf einmal übel schnell wow ich glaube der hat mich auch getötet gehabt vielleicht guck mal da ist bei dir lang naja ich habe hier noch eine platte für dich dann warte warte ja leider nicht oh mach doch schneller hier keine Zeit ok wo sind die kleinen 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 duz also lieber kein visier das geht jetzt 1,5 aber ich sehe das ist ja ja das ist mega nervig das ich glaube es ist ja was für sich wo den oh oh oha jo der hatte die mac10 direkt neben mir alter ja pfff in einem holen jetzt hab ich gedacht game over schon nice ja ja naja 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 dritter platz passt aber auch alles gut naja war in ordnung gipschlimmeres ne gipschlimmeres ja war doch eine solide runde ja auf jeden fall so leute haut rein wir sehen uns im nächsten video tao bugs tuning tao tao